Jetzt macht mindestens ein Saal hier kaputt, da wir das Volk der Beamer nicht zum Zücheln haben. Wo sind die Dreier? Die Strip-Kunsch, es kontrolliert ein Leben, wie geht bloß ein O, ein Fäll, die Musik programmiert auch für alle Menschen. Zwei Frauen in meinem Band, kein Traum, ist einfach Sex. Mit verdaußen Fetts, kenn ich aus dem Netz, draußen würden sie an mir vorbeigehen. Und obwohl Tausende behaupten, meine Fizz zu teilen, seh ich keine Nummer jetzt allein, denn ich lebe auf 13 Zoll. Ab müde Augen, die seit Jahres es nicht sehen, so wie die meisten Frauen. Stühlt sich unser Leben ab auf dem Display, der wird sich frei. Alles Cyborgs. Alles Roboter, 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 Roboter. Ich muss weg, weg, weit weg, mein Umfeld digital halten. Denken, Knips, da kriegst du's, nix online. Halbnacht am Start, Chips, drop-Wide. M-S-L-M, Rack-Ban, 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 Rack-Ban. Vor der Web-Camp, Jack-Ban, Rack-Ban, 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 Rack-Ban. Mit Autos. Generation, Ablas. Sie fragen, wie's mir geht, verpacken, dass sie mich draußen haben, sie nix zu erzählen, nein. Und auf den Tausenden behaupten, meinen Weg zu teilen, seh' ich keine Nummer spät allein, denn ich lebe auf 13 Zoll. Hab'n wie die Augen, die seit Jahres es nicht sehen, so wie die meisten Frauen. Stühlt sich unser Leben ab auf dem Display, der wird sich frei. Stühlt sich unser Leben ab auf dem Display, der wird sich frei. Stühlt sich unser Leben ab auf dem Display, der wird sich frei.